Alles Liebe, alles Gute, ein herzliches Dankeschön an Matthias Platzig. Wir freuen uns, dass du in unserer Mitte bist und bleibst. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Es ist eine große Baustelle. Aber wenn wir gemeinsam daran arbeiten, ich will das wiederholen dürfen, wenn wir unsere Werte dabei nicht aus den Augen verlieren, wenn die Kraft zur Gemeinsamkeit stärker ist als das, was uns manchmal in der einen oder anderen Debatte trennt, dann werden wir die Kraft haben, die bestimmende Kraft in Deutschland, in dieser Demokratie zu sein. Und das ist unser Anspruch und das muss unser Anspruch bleiben. Ich bitte euch um euer Vertrauen. Es ist auch sozialdemokratisch. ...wärter und gerechter zu machen. Genau das ist unser Markenzeichen, Genossinnen und Genossen. Und deshalb müssen wir den erneut... ...467 gültige Stimmen, neun Enthaltungen, 444 Ja-Stimmen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will meine Aufgabe mit euch gemeinsam wahrnehmen. Vielen Dank für das Vertrauen. Alles Gute für uns, für unsere Partei, für unsere Aufgabe. Danke. Applaus Vielen Dank.